Der Damenschal im Disco Fox mit drei unterschiedlichen Ausgängen. Die Dame wird in den Schal eingedreht. Erster Ausgang, nach vorne rausdrehen und gegendrehen. Zweite Variante, Dame wird eingedreht, er lässt vorne los und die Dame wird direkt wieder ausgedreht. Dritte Variante, Dame in den Damenschal, sie wird ausgedreht und der Herdreht zum Abschluss hinterher. Eins, zwei, Tipp, eins, zwei, Tipp, eins, zwei, Tipp. Eins, zwei, Tipp, eins, zwei, Tipp. Oder eins, zwei, Tipp, mit der Herdrehtung als Abschluss.